Sehr leicht. Ich weiß wie das geht. Ich hab's vergessen. So war das glaube ich. Nein, abgebrochen. Alter, gibt's nicht. Ich weiß gar nicht. Aha. Mein Gott, ey. Schwere Geburt. Ich sag ja, ich kann diese Scheiße nicht. So Dietrich und so, bin ich voll schlecht dran. Radio anmachen. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen zu verkünden, dass alle Raiders, die hier drin sind, bitte jetzt zu mir kommen. Wir müssen noch was finden, so Blechdosen. Nein, diese komischen Arznei... Boah, bin ich nicht so schwer belastet? Nein, bin ich nicht. Das ist ein Raider. Oh, auf einmal kommt zwei. Komm ja eins. Willst du nachkampf machen? Okay, komm, komm, komm. Oh, das ist ein Messer. Wo bist du eigentlich? Das finde ich gar nicht. Hallo. Komm, komm. Ihre Käsenfrau. Oh, das ist in die Fresse. Rechte Arm verknüpft, ne? Ah, linkes Bein. Und jetzt... Geh zu deinen Raider... Raider-Kollegen. Hallo. Wie kannst du das blocken, Mann? So, Splittergranate nämlich mit. Äh, ne. Lass ich mal. Okay. Bitte zur Kasse. Bitte zur Kasse. Aber treib mal nicht. Ich hab mich gar nicht gesehen, du scheiß Aimbot. Boah, geh mal sterben. Ich hatte gar keinen Schaden, ey. Jawohl, du machst nach Kampf? Okay, komm, komm, komm. Klär mir das wie echte Männer. Das war ein Fehler von dir. In den Nacken. Kampfzug. Gehen. Oh, noch einer. Oh, der geht auch runter? Okay, komm. Tschu, tschu, warte mal. Warte. Spiel stopp. Ähm. Und Wodka. Oh, komm her. Oh, leck mich doch. Das war die Schmalzlocke. Oh, gar keinen Schaden. Aua. Linke Arm, hä? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Nichts Überzeugung einlassen. So, du bist tot. Au. Jetzt geht es tot. So. Mach ich nicht. Oh, ich habe irgendwas aufgenommen, was ich gar nicht wollte. Warum so viel bezahlen, man hat gar nicht wollte. Babyboy. Bing, bing, bing. Immer die ganze Scheiße aufessen, die wir haben noch. Instapüree. Da haben wir wenigstens wieder ein bisschen Leben. Ähm. Hockeymaske. Hier habe ich irgendwas aufgenommen, glaube ich. Laserpistole. Kann ich reparieren. So. Nagelschlagring war das. Boah, das ist eigentlich voll cool. Wert 10, ja den verkaufe ich. Tschüss, ne? Was ich das nicht finde, komisch der Smiley. Autolaten. Mh, lecker. Danke. Hier liegt was drauf. Buffer out. Ist da was drin? Ach, das ist letztes Regen. Vielleicht hat da irgendwie so ein Stimpack jemand ausgekackt oder so. Kann ja sein. Okay, ich geh wieder. Tschüss, ne? Tschüss, ne? Tschüss, 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 tschüss. Damentoilette. Damentoilette haben die Toil... Also Betten. Aha, ich verstehe, ich verstehe. Buff out. Schnappsglas will ich nicht Medics Jet Kronkalken Coca-Cola-Glas Toilettentür, Toilettentür Warum haben die auf Toilett... Ey, das ist wieder sowas komisches Das war ja auch von Vorkriegszeit So eine Toilette, oder? Warum haben die Toilette so weit vorgebaut, dass die Tür gar nicht richtig aufgehen kann? Auch komisch Hier kam ich her, ne? Ach, da war ja nur eine Wand Auch cool Wum, 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 wum Warum hängen immer alle auf, Mann? Ja, this is gonna be fun Und du schießt von ganzem... Ja, das ist gonna be fun, Alter Quats, so zwei Hits, ey Schachtelzieger Hey, level up Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Warte mal Sieben Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Aha, eins, zwei, fünf, sechs Gut Barriöl und Sprache Obwohl, ich brauche Sprengstoff noch Aber mit Mentats dürfte ich das eigentlich schaffen Okay, weiter Ne, das brauche ich jetzt nicht Ne, die Killer, heller Kopf Nein Waffenfreak Vater, Söhnchen Little League Spieler Mit jedem weiteren Rang erhalten sie fünf Punkte für Fertigkeiten Nahkampf, Waffen und Sprengstoff Jawohl Wertig Äh, Geschichten eines Dorffleischverkäufer aus Junktown Hö, Dunkeytown Ah, Mann Alles nehmen, so Alles nehmen Ich weiß immer noch nicht, wie man ein Pitboi-Licht anmacht Hey, hier ist ein Nein Hacken ist scheiße Scheiße, bis nicht auf 25 Scheiße Aber man braucht Ich bin immer roh Ich bin immer durchgekommen, ohne dass ich, äh Oh, du nicht ab, Mann Junge, ich bin schneller, du Hier ist Johnny Wo bist du? Wo ist VTL? Aha Boah, hast du eine coole Frise Boah, es leckt aber Boom Voll in den Kopf verkrüppelt, ey Boom Ja, guckst du in den Kopf, ne Nase gebrochen Mike Tyson War eine Pumpgun Hm, auch cool Leer Metallkiste offen Schachtel Ziehgas Pfeile Pfeile Da Schlüssel zur Duper 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 Appartikel Elektrische Leiter Kronkorkenmine Granatenkiste War ein Sensormodul gerade noch Äh, Munitionskiste Kronkorkenmine Verschlossen leicht Hab ich nicht Äh, hacken kann ich überhaupt nicht, ey Ich hasse das Eine Kaffeemaschine, weiße Teller Was immer das ist Ne Pump, ne Mülltonne Okay Gut, 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 gut Da fängt der Kopf Gut, 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 gut Schüssel Miniatom-Bombe! Sch... was? Schützenbandage nehme ich mit, weil das Wert hat. Bonnein-Hacken! Quantum! Radioaktiv! Wow! Da hab' mein Wodka nachgelassen. Coca-Cola, unser Lieblingsgetränk. Ah, ich guck' in ne leere Metallkiste nachher. Jet. Metallkiste, Skalpell. Okay, Gewicht 1, Wert 5. Das lohnt sich auf jeden Fall. Kurze Störung, ich wollte dafür nicht die Aufnahme beenden, so. Ähm... Sonst haben wir eigentlich nichts mehr so viel. Hab' ich mein Mikro wieder angemacht? Ja, hab' ich. Gut. Was hast du denn? Staubsauger. Okay, nehm' ich mit, das, 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 ähm... Rechtest dich vom Wert her gut. Wow, Red Array. Mentats wieder mal. Jet. Ich liebe die Drogen, die wegen nichts. Aber haben voll viel Wert. Oh, Svodka, Scotch, Vodka. Das war meine Gegend hier. Mein, mein Regal. Mein Lieblingsregal. Was ist hier drin? Metallkiste. Bleirohr, Gewicht 3, Wert 16. Bist du da oben? Leere Whiskyflasche. Wer säuft denn hier alles weg, man? Macht mich voll traurig. Bleirohr... Reinigungsmittelkarton? Ups, ich hab A gedrückt. Ach, egal. Hä? Wer hat da gelabert? Das war die Sprechanlage von der anderen Seite, glaub' ich. Was ist das da? Spielzeugauto. Von da hab' ich was. Alter, was labert da wer? Da, ist sie ein. Oh, Schleichangriff. Nice. Haha. Scheiße, das hat man gehört, glaub' ich. Da. Warum? Zeig dich. Ah, wo ist du? Vorsicht, warum? Ach, da. Da muss mich jemand zu sehen haben. Du hast, was du verdammt, dumm Ass. Ja. Kick Ass! Ach! Bleib mal hier! Hau, hauen die mal ab, man. Yo, geht das mit seiner Freundin, ey. Ist noch einer. Wow, 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 wow. Das ist halt mit dem Messer. Äh... Wodka... Stimpack. Ey, Hockey Masken, steht dir nicht. Das ist ein bisschen fett, ey. Das fällt dir eigentlich an zu ballern, ey. Das fällt dir nicht ab, man. Oh, nicht ab, man. Ich sollte mal Simpacks benutzen. Perflex bleib stehen, du bist derjenige der wegläuft Wo ist der andere? So, das dürfte es gewesen sein. Messer. Ja, immer so scheiße. Waffenlust plus 5. Waffenlust plus 5 hat aber alle Messer dabei. Wer hat 22? Ich habe den Kopf abgeschossen, guck mal. Mit kritischer Schleichangriff. Sieht man das? Ja, hier sieht man das. Haha. Ja, kannst du dich fallen lassen. Upsa. Nein, beend den. Tschüss. Wo ist der Kopf? Ja, ist der Kopf. Wo ist denn deine Hockey-Maske? Ach, du hast die noch an. Ui. Ja, jetzt kann ich wieder weiter suchen. Habe ich alle umgehauen. Achso. Das war, weil ich auf dieses komische Ding da gesprungen bin. Auf diesen Einkaufswagen. Leer. Leer. Pfeile. Dice-Nägel. Dampfanzeige. Nex. 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 Was war das? Abraxo-Putzmitte. Dampfanzeige. Oh Gott, wie wert. Metallkäste. Nex. Gut, dann haben wir jetzt auch gleich alle... Ähm. Regale durch. Metallkoch. Druckkoch drauf. Nehme ich mit. Äh, äh. Kann man zu reparieren benutzen. Ledergürtel. Okay. Zintflamme. Leer. 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 Tepentin. Oh, ein Lackierpistol mitgenommen. Egal. Oh nein. Hacken. Ich hasse das. Auf einige Terminals können Sie nur mit einem Passwort zugrafen. Wenn Sie die Fertigkeitschaft bei Ihnen stark genug ausbrechen, können Sie versuchen, sich das Terminal zu hacken. Wenn Sie das richtige Passwort eingeben, halten Sie Zugriff auf das Terminal. Geben Sie die falschen Daten ein, mit denen angezeigt wird, wie viele Ihre Buchstaben mit dem Passwort an der richtigen Stelle stehen. Sie haben vier Versuche, um das Passwort zu erraten. Wenn Sie scheitern, wird das Terminal gesperrt, bis das die Passwort erhalten. Der Hackprogramm kann derzeit abgebrochen und neu gestartet werden. Ja, und das hasse ich. Das kann ich gar nicht. Ähm. Was passt denn zu einem... ...Supermarkt? Kams, Tauben, Mütter, K... Cases, Codes... Marks. 0 von 5. Cards? Fick dich doch. Lives, Later... Cards, Games... Wakes... Ähm. Wie kann man auch nach so komischen Klammern suchen? Habe ich bei... Ähm. Aha. Habe ich bei Dings gesehen. Decentral. Bei, äh, Follow me Vegas. Ja, davon habe ich das gelernt. Kehrt. Eins davon... Oh, toll. Das A wahrscheinlich an der richtigen Stelle. Ähm. Oder? Was haben denn... Was haben denn Games und Cards... Oder das E. Das A oder das E müssen an der richtigen Stelle sein. Ich empfehle ein A an der Seite. Okay, dann muss ich... Dann war das das E. Ich muss jetzt noch eine Klammer suchen. Du, 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 du... Ich hasse hacken. Kann ich gar nicht. Bei einer Nase. Ich weiß. Ich weiß. Bye. Åh ja. Schönen quello B so. Ich weiß. Ich weiß.